Chair-Hor-Movies. Grab in the club! Was? Nein! Ich will keinen Golfschläger! Ich bin doch nicht blöd! Nee? Ich hasse Golf! Mann! Okay, da waren welche, da waren welche. Ja, wir müssen auf jeden Fall in Bewegung bleiben. Also warte mal, Moment mal. Du schießt da und ich schieß auf der anderen Seite. Ich seh die nur nicht. Das ist ja das Problem. Okay. Ich ja. Ich pass auf, wenn hier was kommt. Ah, jetzt seh ich den auch. Der ist weg. Und hier in der Ecke ist auch. Wir müssen darauf achten. Die mit den Uniformen, mit den Armee-Uniformen, die haben öfter mal wohl Heilkram auf dem Rücken. Dass wir das dann auch einsammeln. Ja, nice. In dem Moment, wenn ich gerade nachlade. Hey, das ist nicht cool. Seriously. Ich hab nichts gemacht. Das ist nicht cool. Ich hab nichts gemacht. Hass... Ha. Ich hab nichts gemacht. Es wird auch mehr. Ich hab nichts gemacht. Ich hab nichts gemacht. Nein, ich hab nichts gemacht. Ah, da. Ich hab nichts gemacht. Oh... Mist. gut weil ich mir mal in kürzlich dann moment mal gut 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 Wahnsinn, je länger wir an einer Stelle stehenbleiben, desto größere Wellen kommen. Ja, ich bin nicht mehr. Reloaden! Das heißt gleich mit einem NPC erstmal reloaden. Hey, ich bin reloaden! So macht man das. Schön die Brücke. Da ist aber noch was drin, ne Waffe. Ja, es brennt ja nicht ewig. Boah! Boah! Stimmt ja, das Tattoo-Studio. Hey, Defi, ein Unit hier. Reloaden! So, ich habe ein Defi mitgenommen. Medi! Ich brauche mal Medi! Kann ich schießen, ey! Wir müssen reloaden! Hier liegt ein Medi! Wo? Hier, auf der Straße. Ah! Und irgendwas anderes. Ganz schwer. Ja, die alle... Alle Tüte hier. So. Schnell in den Raum, den wir gerade im Brand gesetzt haben. Oder den ich im Brand gesetzt habe. Lohnt sich nicht mal, ist nur ne Pumpgun. Monog! Hier liegt noch eine Rohrbombe! Okay, Billardcafé. In die Wand! Oh! Sorry! War nix! War nix! Da liegen noch mehr! Da nehme ich die! Okay, ich würd sagen, einfach direkt weiterlaufen! Ja! Guck mal! Huh! Wow! Ey, die kommen von allen Seiten, ne? Hm? Boah! Ne, leider nicht! Dann renne ich da mal einmal rein, schnapp mir den Molotow und werf den dann rein! Hier steht aber nix! Okay, okay! Naja, ich geh hinterm Tresen! Hier ist auch nix! Hier auch nix! Oh, den nehmen wir mit! Hör mal Diffi! Sehr schön! Der vor, der uns hier voll kotzen konnte! Hör mal! Hör mal! Hör mal Diffi! Hör mal Diffi! Ich bin schon hochgerannt! Oh, ich hab ne Adrenalin! Oh! Ne Adrenalin! Spritzhafen! Ja, cool! Waffen! Und ich bin schon fast! Ich bin schon mal drasen! Echt mal drasen! Ah! Whoa! Im schlechtesten Moment nachgeladen! Okay, die Tür habe ich absichtlich zugemacht! Ja, witzig, ey. Wo wir ja einen höher müssen. Dass die zumindest kurz aufgehalten werden. Oh, hi! Leg dich mal hin! Scheinig so! Oh, wie geil. In dem Moment, wo er mich mit der Zunge gekriegt hat, habe ich ihn gerade noch weggeschossen. Ja, nice. So ein dicker. Hast du... Hast du? Keine Ahnung. Vorsicht, nicht reinkommen. Äh, witzig, witzig. Puh! Bisschen reich. Ich fahrt hier noch ein bisschen. Hier liegt noch eine Rohrbombe. Ah, Mette, komm rein. Ich glaube, dann können wir auch direkt... Ich glaube, das... Wo war das? Welches Fenster war das? Ja, hier war das Fenster. Hier war das Fenster mit den Dixi-Klos. Ich glaube, da können wir dann auch gleich direkt runter, wenn das Feuer aus ist. Oh, können wir auch jetzt schon. Die alle runterspringen, so. Ja, ohne Witz, ich seh das hier. Okay, runter. Ja, ich mach... Ich freu ein bisschen auf. Springen die da alle aus dem Fenster? Oh, geil. Oh, geil. Was ist da weg? Oh. Ah, da ist auch einer. Alter! 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 Schein-viecher! Ich hab keine Rohrbombe. Oh, ich hab's überlebt! Oh, schön mit der AK drauf. AK, wo bist du? Ich hab was für dich. Ja, komm mal jetzt. Moment. Weil du hast nicht gerade... Ich hab Heal gefunden. Ja, warte, 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 warte. Ich hab... achso. Und hier irgendwo ist noch so'n Soldatenzombie, der hat auch noch'n... ...Medikit auf'm Rücken. Ähm, ja. Wir stehen ganz viele. Oh, oh, yeah. Ich schieße mal in mir rein, ja, dann, dann, dann. Oh, den haben wir... Den kann ich nicht brauchen, ich hab schon einen. Okay, ich hab den mitgenommen. Ich hör da wat? Hm? Ich seh überhaupt nix. Äh, ich spielte. Ja, schön. Ersetzen Sie... ...leergeschossene Waffen. Ich will aber kein Snipergewehr. Ich hasse das. Okay, hier unten ist irgendwo... ...wieder die Wedge. Ja, gleich mein Licht aus, Maria. Ich glaube, dann nehm ich doch für die leergeschossene Waffe... ...das Snipergewehr. So, Licht aus. Waren die? Die war doch da so ganz komisch in der Ecke, ne? Hm. Ich mein, dass die rechts ist. Japp. Irgendwo da vorne, hinterm Fenster. Ah, ich seh sie. Kriegst du die gezielt? Shit. Boah. Mensch, die hat aber funkelnde Augen. Also, du hast das ja mit gerne. Hm. Hilfe, 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 Hilfe. Ey, Leute. Was haben wir hier? Es gibt nichts, ich habe ein Messer in meinen Beinen. Oh, Nick. Dankeschön. Wo ist Nick? Nick ist hier. Du bist gut? Du bist gut? Du bist gut? Du bist gut? Ja, witzig. Ey, Keller? Ja. Nee, die hast du nicht, ne? Nee, nur ein Defi. Toll. Granate hast du nicht zufällig, oder? Nein. Aber lag ich eh nicht irgendwie was? Ja, äh, hier das Fenster, da war die Kiste. Aber es ist ja Muni. Oh. Wow. Wow. Reloading. Ich verkeh jetzt ab und zu das Licht wieder anzumachen, weil... Ah, diesmal sind hier... Keine Rohrbomben. Diesmal sind hier Schmerzmittel drin. Was, Saffron? In der Kiste sind Schmerzmittel. Ja, geil. Momente. Oh, ich habe eine Errungenschaft gekriegt. Ja? Einer für alle. Irgendwas mit einer Sprengladung. Ich glaube, wir sollten im... Ja, ich habe ein bisschen Schmerzmittel mitgenommen. Hast du dir da auch schon ein bisschen? Mhm. Aber trotzdem brauchen wir Midi. Ich glaube, ich laufe hier diesmal hier unten lang. Anstatt direkt auf den Steg. Ich brauche mal eine andere Waffe, ey. Ich auch. Da ist die Kiste. Oh, hier. Nee, ich habe schon. Oh, die ist gut. Oh, voll die Beine weggeschossen. Okay, was ist in der Kiste drin? Ich habe hier ein Midi-Kit. Geil. Oh, noch eine Errungenschaft. Spinnt die. Ja, genau, genau, genau. Ja, genau, genau, genau. Ja, genau, 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 komm mal her. Ich habe Midi. Ich habe hier. Ach, da bist du. Ja, ich passe auf, dass ich von vorne nicht kann. So viel dazu. Ja, ich bin nicht lieb. Ich habe den Raum getroffen. Ja? Und direkt noch einen Molotow hinterher holen. Ja, stimmt. Wo war das? Das war doch hier gerade. Warte, warte. Das war da. Ja, ich habe schon. Ich habe schon. Gleich einen einstecken hier, ne? Alles mitnehmen, was nicht nie... Oh, nein, das ist es. Oh, scheiße. Oh, nein, das war gerade ein Boomer. Wo, 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 wo? Ja, den habe ich gerade schon erledigt. Hey, wir kommen diesmal weiter als gerade eben. Ja, nein, wir sind echt... Ja, ich bin verletzt. Mist, Fischer! Ah, Mann. Ja, reloading! Aber habe ich dich gerade angeschossen? Keine Ahnung. Aber ich habe einen Medizin für dich. Hm. Ich hoffe, man nimmt die Treppe schon mal runter. Ich habe nämlich noch einen Molotow. Ich bin nicht auf die Stärken. Boah, geht das weit runter. Wir sind gleich im Keller. Ich glaube, wir sind schon im Keller des Kellers. Warte, ich gebe dir Medizin. Ah! Oh, scheiße. 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 Wo ist dich? Wo ist dich? Wo ist dich? Da. Okay, wo-wo kommen wir hier jetzt hoch? Alter, dass wir hier nix dabei haben. Ja, und Nick will einen irgendwie verarschen. Ich geb ihm das Schmerzmittel, und was macht er? Ah, hier ist ne Leiter. Ah, cool. Nee, hier ist ne Leiter. Ich konnte dich durchklettern. Was? Okay, welchen Gang müssen wir durch? Also, ich... Hm, nicht den! Jetzt hab ich keinen Diefen. Ich werd schon wiederbelebt. Puh. Ich glaub, ich seh mir die, ne? Ich auch. Alter! Ah, hier ist nix. Ja, ich muss dich leider selber heilen. Ich hab kein Medi, also ich kann dir nicht... Ja, ich hatte noch eins gefunden gerade. Das lach hier gerade. Ah, da ist auch gleich der Schutzraum. Ach, wir müssen den Schalter hier aufmachen. Nein! Nein! Ich hab den Schutzraum aufgemacht. Rein, 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 rein. Ich will nicht, ja. Komm nicht rein. Scheiben, klasse. Wie häng ich hier, Juhal? Ah! Das ist auch blöd, dass man das Schmerzmittel nicht nehmen kann.